Tom's Talk Time, Folge 637. Immer Kurs halten. Tomstalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute bei strahlendem Sonnenschein hier aus dem wilden Westen der USA in Las Vegas und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in die alte Heimat, genauer gesagt nach München. Bei mir im Interview ist die Miriam Rehbein. Miriam, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, Tom. Hallo Miriam, du bist Ärztin, genauer gesagt Hautärztin, also Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Aber man kann jetzt sagen, in München, es gibt wahrscheinlich tausende Ärzte und wahrscheinlich auch hunderte Hautärzte, aber es gibt nur eine Doktor Mie, sprich eine Miriam Rehbein, nämlich du hast dich sehr gut positioniert im Bereich der ästhetischen Medizin und zwar im Bereich minimalinvasive Anti-Aging-Methoden. Und du hast nicht nur deine eigene Arztpraxis, sondern du hast auch noch zwei weitere Firmen im Bereich Kosmetik gegründet, wo es eben auch um Kosmetik geht, das war jetzt gerade ein bisschen, zwei weitere Kosmetikfirmen gegründet und hast dich da auch ganz speziell auf diesen Bereich Ästhetik, Anti-Aging, auf diese Sachen mitspezialisiert und da wirklich dir echt schon richtigen Namen gemacht. Und du gehörst wirklich auch mit zu den Meinungsbildnern einfach oder zu den Influencern, wie man heute so schön sagt, in diesem Bereich. Und das zeigst du natürlich auch alles noch mit auf Instagram und Co. War das so grob als Überblick über dich richtig? Ja, das trifft es eigentlich ganz gut, ja. Okay, dann habe ich das schon mal sehr schön getroffen. Perfekt. Miriam, das war natürlich nur ein kleiner Überblick. Erzähl da vielleicht mal kurz, was Privates über dich, bevor wir ins Business einsteigen. Wer ist dir, Miriam, privat? Was machst du so, wenn du eben nicht in der Praxis oder in einer deiner Firma bist? Das ist so lustig, aber die Frage kriege ich so oft gestellt. Da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich dann immer denke, wann gibt es mich eigentlich privat? Kann man das eine eigentlich vom anderen trennen? Ja, also es gibt von mir tatsächlich nicht die Version privat und beruflich, sondern ich bin tatsächlich immer die Gleiche und tatsächlich die meiste Zeit in der Arbeit. Und privat mache ich eigentlich, habe ich meine Leidenschaft so ein bisschen zum Beruf gemacht. Das hat dann angefangen mit der Gründung 2018 meines dritten Unternehmens. Mein großes Hobby, und das habe ich in meiner Freizeit tatsächlich gemacht, war immer so Kosmetika. Ja, also ich bin in irgendwelche Parfümerien gerannt und fand es total spannend, mir anzugucken, was es da gibt, wie das beworben wird, wie, was für Möglichkeiten man auch hat, mit diesen Dingen zu spielen, was für Cremes funktionieren, was nicht. War relativ früh frustriert von dem, was es eigentlich auf dem Markt gibt und was versprochen wird und was am Ende bei rumkommt. Und dann war so ein bisschen mein Ehrgeiz geweckt zu sagen, okay, vielleicht kann man das besser machen. Und dann habe ich die letzten Jahre einen Großteil meiner Freizeit und Wochenenden tatsächlich damit verbracht, im Labor, im Privat, zu forschen, und mir zu überlegen, wie ich da ein Produkt kreieren könnte, was das kann, was ich eigentlich brauche. War so ein egoistisches Projekt, um ehrlich zu sein. Und das war ein Großteil meiner Freizeit. Ansonsten treibe ich Sport. Und wenn man, wie ich, halt so den Beruf ein bisschen lebt, dann sind wir mal ganz ehrlich, so viel Freizeit bleibt dann auch nicht. Ja, auch glaube ich. Das heißt, du bist dann von wann bis wann so in der Praxis normalerweise? Also so ein Tagesablauf, ein Klassischer bei mir ist, dass ich meistens gegen sechs Uhr aufstehe. Dann habe ich jetzt endlich einen kleinen Hund. Der bedarf natürlich dann einer gewissen Fürsorge, was für mich ganz gesund ist, weil so komme ich dann auch mal raus. Der wird als erstes morgens versorgt. Ich bin dann spätestens um acht eigentlich in der Praxis und mache dann meinen ganz normalen Arztjob ohne Mittagspause, meistens von acht bis 18 Uhr. Und um 18 Uhr fahre ich dann rüber in meine andere Firma, in die Dr. Mie GmbH und bin da dann abends mit den Mitarbeitern, mache ich noch ein kurzes Briefing für den nächsten Tag, nehme die Sachen ab, die abzunehmen sind und sitze da meistens dann nochmal zwei, drei, vier Stunden in dem Office und schüre neue Ideen und mache, was immer anfällt. Zwischendurch gehe ich mit meinem Hundi raus und dann gehe ich ins Betti. Also es ist gar nicht so spannend. Okay, ja, das hört sich wirklich nach einem sehr vollgepackten Tag an. Aber ich glaube, das Wichtige ist ja eigentlich, dass man sich selber damit wohlfühlt. Und wie du schon gesagt hast, es ist eh dein Hobby. Du machst das, das ist für dich Freizeit quasi. Dann ist ja eigentlich alles gut. Also passt ja. Ja, ja, also es ist einfach, ich glaube, guck mal, der Tag hat 24 Stunden, ein bisschen musst du schlafen. Irgendwie muss man so ein paar Dinge drin unterbringen. Aber wenn man heute ein Ziel vor Augen hat, dann kommt das leider nicht von allein. Ich sage es zu meinen Patienten auch immer, von nichts kommt nichts. Und es ist halt leider so. Auch wenn du dann so Sprüche gedrückt bekommst mit, ah ja, denk es mal an sich und Work-Life-Balance, das kann ich ja nicht mehr hören, das Wort. Denken wir, das kann man gerne machen, aber man wird halt nicht wirklich so weit kommen, weil die Dinge müssen halt angepackt und erledigt werden. Und das passiert einfach nicht von alleine. Ja, vor allen Dingen die, die dann sagen von wegen, ja, denken Sie auch mal an sich, gerade wenn das dann auch die Patienten sagen, dann müsste es eigentlich sagen, ja, haben Sie eigentlich recht. Ich glaube, wir streichen das Ding, können wir nicht gut mit ergänzen. Gute Idee. Und dann mal die Gesichter von denen sehen und so. Nee, nee, so war das jetzt nicht gemeint. Bei den anderen Patienten, für mich, Frau, in der Zeit. Ja, das ist tatsächlich in unserem Arztberuf ein Problem, aber es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Da ist immer noch so ein bisschen das Standing, so nach dem Motto, ja, wir haben eine ethische Verpflichtung und als Arzt muss man immer helfen und als Arzt muss man immer freundlich sein, immer da sein und lebt sozusagen seinen Beruf. Das tun wir natürlich alle, aber manchmal vergessen unsere Patienten, dass wir auch nur Menschen sind, ja, und dass wir auch mal einen schlechten Tag haben, dass wir auch mal müde sind, dass wir auch mal krank sind, dass wir auch mal unsere Patienten nicht mögen oder mal Leute dabei sind, wo du denkst, um Gottes Willen, mit dem kann man nicht, weil die Chemie nicht stimmt. Das wird uns Ärzten selten verziehen. Ja, ja gut, das stimmt. Da hat man, glaube ich, noch eine andere Einstellung. Wann kam denn bei dir die Idee, dass du nicht in Anfangstrichen nur Hautärztin bist, sondern dass du auch noch in anderen Bereichen eben weitergehen willst, dass du wirklich noch andere Firmen gründen willst? War das von Anfang an klar? Nee, überhaupt nicht. Also wenn ich zurückdenke so an meinen Werdegang, im Studium habe ich immer gesagt, ich werde Chirurgin. Das war für mich wie ein Stein gemeißelt. Das habe ich ja auch zuerst gemacht. Also nachdem ich approbiert war und Ärztin war, bin ich dann in eine große Klinik gegangen und habe da erstmal allgemein viszeralen Unfallchirurgie gemacht. Ich hatte da eigentlich nie auf dem Schirm mal was Ästhetisches zu machen oder überhaupt in diese Richtung zu kommen. Ich hatte diesen großen Anspruch, wirklich große Medizin zu machen, in Anführungszeichen, und habe dabei aber nie gesehen, auch im Studium nie gesehen, dass der Berufsalltag gar nicht so ist, wenn man sich den als Arzt oder als junger Arzt auch ausmalt, sondern dass unsere Strukturen, auch gerade hier im Gesundheitssystem, teilweise schrecklich sind. Und ich bin Ärztin geworden, weil ich Menschen helfen wollte, weil ich Spaß daran hatte, meine Patienten kennenzulernen, weil ich wissen wollte, wo die herkommen, was die für Leiden haben und die auf dem Weg zu begleiten. All das findet natürlich im Krankenhaus gar nicht statt, in der Chirurgie schon mal gar nicht. Da machst du morgens eine unpersönliche Visite. Die Patienten kennst du nach einer Woche schon gar nicht mehr. Wo die später landen, weißt du auch nicht. Zeit für Gespräche ist sowieso nicht. Es herrschen kalte Hierarchien. Also ich habe eine absolute emotionale Bruchlandung hingelegt nach dem Studium. Ich habe das viele Jahre durchgezogen und habe aber während meiner Arbeit in der chirurgischen Ambulanz gemerkt, dass mir diese kurzen Kontakte und meine Patienten ein bisschen besser kennenzulernen, dass das eigentlich was war, was mich gereizt hat. Und habe dann einfach noch mal sozusagen die Notbremse gezogen gesagt, ich gehe in einen anderen Fachbereich und wusste gar nicht eigentlich, in welchen. Und damals war ich ganz schlimm verliebt in einen Mann, der in München wohnte. Und zudem habe ich gesagt, okay, ich mache einen Cut, ich mache was Neues und bin so in München gelandet, ohne Job, ohne alles und habe gedacht, naja, ich mache jetzt erstmal irgendwas, was mir so zwischen die Finger kommt. Und da hatte gerade ein Bekannter von meinem Freund damals, der Dermatologe ist jemanden gesucht, der für ihn operieren könnte. Und da habe ich gesagt, naja, komm, das kann ich jetzt mal übergangsweise machen. Und der war halt Dermatologe und kann ihm ja ein paar Muttermale für seine Patienten rausschneiden, bis ich vielleicht weiß, ob ich Orthopädin werden möchte oder doch Herzchirurgin oder was auch immer. Und so landete ich tatsächlich in der Dermatologie und habe zum ersten Mal festgestellt, dass das total cool ist und war super überrascht von dem Fachgebiet, weil das war nämlich genau das, was ich schon zu Studienzeiten kategorisch ausgeschlossen hätte. Okay, weswegen? Ja, und dann war ich dort und habe festgestellt, dass das genau mein Ding ist, mir total Spaß macht, ich meinen eigenen Patientenstamm aufbauen kann, meine Patienten kennenlernen kann, mir diese kleinen Eingriffe, also diese kleinen ästhetischen Eingriffe, wo ich was mache und auch sofort ein Ergebnis sehe, für mich selbst auch total befriedigend war und Spaß gemacht hat. Das war halt das, was mir in der Chirurgie so gefehlt hat. Da hast du stundenlange OPs gemacht, sei es irgendwelche Pankreaskarzinome, Darmkrebs, es ist sechs bis zwölf Stunden steht man an so einem OP-Tisch und am Ende stirbt der Patient trotzdem oder man kriegt gar nicht mit, was aus dem wird. Es war halt super frustrierend und in der Dermatologie die kleinen Eingriffe, die wir machen, die vielen ästhetischen Eingriffe, die vielen Laserbehandlungen, das macht einen solchen Spaß, weil man einfach das Ergebnis sieht, weil du den Patienten siehst, wie er zufrieden, ein paar Stunden später rausgeht und dann habe ich im Grunde die egoistische Entscheidung getroffen, was zu machen, was mir einfach wirklich richtig Spaß macht. So soll es sein im Leben. Gute Entscheidung. Ja. Okay. Das heißt, nochmal ganz kurz von deinem Praxisalltag. Das heißt, was ist so das hauptsächlich oder gibt es so Hauptrichtungen, wo man sagt, das machst du zu, keine Ahnung, 50, 60 Prozent deiner Zeit in der Praxis? Ja, also mittlerweile, ehrlich gesagt, hauptsächlich tatsächlich ästhetische Eingriffe. Das war aber auch gar nicht so geplant, sondern als ich in der Dermaturgie damals angefangen habe, habe ich noch viel Hautkrebsvorsorge gemacht, klassisch Fußpilz, Geschlechtskrankheiten, alles, was dazu gehört und habe aber peu a peu einfach über die ästhetische Arbeit gemerkt, dass ich da einfach ein besonderes Talent hatte. Ja, und irgendwann sind natürlich die Patienten immer und immer wieder gekommen. Dann gab es die Mund-zu-Mund-Propaganda und die hat die Freundin mitgebracht, sodass das irgendwann automatisch ein großer Schwerpunkt meines Alltags wurde und jetzt mache ich es zu 90 Prozent, würde ich behaupten, mindestens, ja. Und das ist irgendwie so ein Selbstläufer geworden, weil das einfach was war, was ich einfach wirklich gut kann. Und ich glaube, so ist es oft im Leben. Man plant das ja vorher nicht und meistens ist man in den Dingen ja erfolgreich, die man richtig gerne macht und einfach auch gut kann. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Das heißt, ästhetische Eingriffe heißt was konkret, also was machst du dann genau? Also ich mache wahnsinnig viel Hyaluronsäure-Unterspritzung, also alles, was mit Falten zu tun hat. Hyaluronsäure-Botox. Ich mache als zweiten ganz starken Standpunkt oder Schwerpunkt mache ich Liposuktion, also Fettabsaugung. Und da habe ich so eine spezielle Methode, Vaser-Lipo nennt sich das, wo ich wirklich so absauge, dass man später die Muskulatur sieht, also High Definition. Es macht mir total viel Spaß, weil das so ein bisschen bildhauerisch ist und man wirklich tolle Vor-Nachher-Effekte erzielt dadurch. Und das ist eine tolle Methode, auf die ich mich sehr spezialisiert habe. Das mache ich ungefähr sechs bis acht Liposuktionen, würde ich behaupten, mache ich pro Woche. Und am Tag habe ich an die zwanzig Unterspritzungen plus Laserbehandlung. Also ich arbeite auch ganz viel mit dem Laser, sei es jetzt Lasergesichtsstrafung oder weiße, rote Äderchen veröden, Pigmentflecken, Tattoo-Entfernung. Das machen wir natürlich auch viel. Ja, das ist schon so der Schwerpunkt. Und operativ, klar machen wir auch Muttermal-Entfernung, mache ich viel. Aber das empfinde ich mittlerweile eher als Kleinigkeit für, da brauche ich nicht viel Zeit für, um so Muttermal zu entfernen. So eine Liposuktion, zum Beispiel heute hatte ich zwei große Liposuktionen, da kann eine schon mal gut drei, vier Stunden dauern. Und das ist dann körperlich auch tatsächlich sehr anstrengend. Aber macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ich kann mir das gut vorstellen, eben wenn man dieses Ergebnis danach sieht. Du hast das gerade so mit dem Bildhauer verglichen. Und so sehe ich das eigentlich auch, wenn man so ein bisschen im Handwerk mal überlegt. Der Handwerker, keine Ahnung, der Maurer, wenn der eine Mauer hochzieht, der sieht am Ende des Tages, was der getan hat. Aber wenn du halt nur vor deinem Computer sitzt, dann hat man manchmal echt so die, oder stelle ich mir auch manchmal die Frage, warte mal, was habe ich jetzt heute eigentlich alles gemacht? Weil man es nicht sehen kann. Ja, das ist echt so. Also das ist am Ende eines Arbeitstages bin ich oft körperlich auch erschöpft. Also merke ich schon so, okay, heute habe ich richtig geschuftet. Und man hat ja so seinen Plan von Patienten, seinen Sprechstundenplan. Wenn man den letzten dann abgehakt hat, das ist tatsächlich wie so ein Abhaken von To-Do-Listen. Ja, jeder Patient, den man behandelt hat, der zufrieden rausgeht, wird als erledigt abgehakt, ja in unserem Sprechstundenplan. Und wenn ich dann abends so die Praxis verlasse, weiß ich immer ganz genau, was ich gemacht habe oder was ich auch nicht gemacht habe. Und ob es gut war oder ob es nicht gut war, da hat man schon ein gutes Gefühl für. Und man ist eigentlich immer sehr zufrieden. Also ich brauche das so ein bisschen. Ich mag das, dass ich gebraucht werde. Wer braucht das nicht? Ich glaube, das ist so eines der Grundbedürfnisse der Menschen, dass man das Gefühl hat, jawohl, ich bin wichtig, ich werde gebraucht. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Ja, weiß ich. Ich glaube, das wird total unterschätzt, weil viele Menschen, die so unzufrieden sind und Depressionen haben oder gerade, ich sehe das häufig bei Senioren, die dann den Beruf aufgeben und keine Aufgabe mehr haben, die werden ja auch schnell alt und sind oft irgendwie vereinsamt ein bisschen auch, auch seelisch so ein bisschen vereinsamt. Und es ist einfach sehr, sehr gesund, gebraucht zu werden. Ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Wenn wir uns deine, die, bleiben wir nochmal kurz bei der Praxis, bevor wir zu den anderen Firmen rübergehen. Wenn wir uns nochmal die Praxis rein betriebswirtschaftlich anschauen, aus unternehmerischer Sicht. Was ist als Unternehmer gesehen, das Produkt, schrägstrich Dienstleistung, wie auch immer man das nennen mag, was am wirtschaftlichsten ist für dich? Ganz schwer zu sagen. Man würde ja denken, so die Liposuktion, weil die natürlich hochpreisig sind. Andererseits sind die sehr zeitintensiv und auch in Materialschlacht. Du brauchst ja alle sterilen OPs und Anästhesie und, und, und. Und da bleibt unter dem Strich, also wenn ich es jetzt wirtschaftlich sehe, muss alle Kosten abziehen und die Zeit und Arbeitszeit und nach Steuer in Deutschland. bleibt da komischerweise unter dem Strich echt am wenigsten hängen. Genauso ist das bei den ganzen Hyaluronsäureunterspritzungen, weil ich arbeite mit nur wirklich ganz hochwertiger Hyaluronsäure und die ist im Einkauf sehr, sehr teuer. Ich könnte natürlich auch für 5 Euro koreanische einkaufen, dann sähe das wieder anders aus unter dem Strich. Aber, also da sind wir einfach ethisch viel zu korrekt, als dass man das verkraften würde. Und deshalb sind es Laserbehandlungen. Ja, da hast du einmal die hohen Anschaffungskosten von so einem Laser, aber der hat dann keine weiteren Zusatzkosten mehr. Okay. Und eine Lebenszeit von etlichen Jahren. Ja. Ja. Okay. Okay, interessant. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber klar, stimmt schon. Das ist, wenn man so diese ganzen, in Anführungsstrichen, einen Kleinscheiß sieht, den man da verbraucht von irgendwelchen sterilen Sachen und die ganze Materialschlacht, wie du es genannt hast, dann, ja. Das ist auch was, was die Patienten oft vergessen. Also, ah, so teuer, ja. Aber die sehen natürlich gar nicht, was da im Hintergrund steht. Du hast das Personal, du brauchst sterile, angefangen von einer sterilen Kompresse über Handschuhe, über Nadeln, über OP-Besteck, über Tücher. Und das ist ein Wahnsinn, was da an Kosten im Grunde, im Background steht zu so einer eigentlichen Behandlung. Ich glaube, das versteht man jeder, der mal irgendwie bei einer OP dabei war. Also jetzt nicht mal als Patient, weil da kriegt man, glaube ich, nicht so viel mit. Aber der auch mal auf der anderen Seite stand. Das sieht man dann schon, was da auch nachher alles weggeworfen wird. Also ich habe ja damals auch mein Praktikum vom Rettungssanitäter auch in der OP, in der Chirurgie gemacht. und war bei verschiedenen OPs dabei. Und allein dieser Müll, wenn der Patient nachher rausgefahren wurde, was an Müll zusammengefegt und weggeworfen wurde, habe ich gedacht, scheiße, ist das viel. Ich finde das so schrecklich. Ich sagte, pro Patient sind es immer zwei große Müllbeutel voll. Das ist eigentlich schrecklich. Wirklich schrecklich eigentlich. Aber es sind nicht schrecklich. Gut, aber ich meine, du kannst ja nicht einfach die stumpfe Rasierklinge rausnehmen und damit schneiden und danach mit Seife wieder abwaschen. Nee, geht natürlich auch nicht, klar. Aber manchmal frage ich mich schon, weil es ja gerade, wo diese Debatte ist, Umweltdebatte ist und Müllvermeidungsdebatte ist. Unsere sterilen Instrumente sind ja alle auch zweifach, dreifach eingepackt, weil man natürlich so unfassbare Hygienevorschriften hat. Also ich denke dann oft, also eine einfach sterile Verpackung ist genauso steril wie eine zweifach sterile Verpackung oder dreifach sterile Verpackung. Müsste man vielleicht auch mal hinschauen und irgendein schlaues Unternehmen sich mal Gedanken machen, ob man da nicht unfassbar viel Müll vermeiden könnte. Guter Punkt. Aber ich glaube, da sind wir wieder im Bereich Vorschriften und dann noch in Kombination mit unserem geliebten Land Deutschland Vorschriften. Ja, gut, wie du sagst. Ja, ich glaube, es gibt nichts, was der Deutsche so sehr liebt als irgendwelche Vorschriften. Und ich glaube, bis eine Vorschrift in Deutschland geändert wird, da braucht man einen langen Atem. Ja, schrecklich. Es ist schrecklich. Ja, gut, aber wie gesagt, es ist, wie es ist. Springen wir rüber zu den anderen Firmen. Sag doch mal schnell was dazu. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Arztpraxis und auf der anderen Seite haben wir noch zwei Kosmetikfirmen. Was machen diese beiden Firmen? Genau. Ich habe noch ein Kosmetikinstitut mit fünf Mitarbeitern, wo wir klassische Gesichtsbehandlungen machen, auch medizinische Fußpflege, Haarentfernungen, Mikrodermersion, also alles, was man so kosmetisch als Mann und Frau machen kann. Und dann habe ich ein ganz anderes Unternehmen noch, ganz unabhängig von den beiden. Das ist die Dr. Mie GmbH und das ist meine Firma und ich produziere meine eigene Skincare, also meine eigene Hautpflegeserie. Das mache ich komplett hier in München. Das ist wirklich von der Rezeptur über die Verpackung, über den Versand, alles in Eigenregie, alles selbst designt, zusammengestellt, kreiert. Das war halt mein Herzensprojekt, eigentlich mein Hobby damals. Ich hatte auf dem Frust der nicht vorhandenen guten Cremes angefangen, so ein bisschen mit Rezepturen rumzuspielen und hatte damals einen Apotheker, mit dem ich für mich selbst eigentlich eine super Creme mischen wollte. Wir wissen ja, was funktioniert und was nicht funktioniert. Gibt es ja genug Studien zu und wir wissen, Retinol funktioniert. Gibt es mittlerweile, ich glaube, über 60.000 Studien, die das belegen. Die Amerikaner wissen das viel besser. Also ich glaube, wenn du in Las Vegas mal kurz in den Supermarkt gehst und guckst mal morgen, wirst du an jeder Ecke irgendein Retinol-Produkt finden. Retinol heißt das? Retinol, ja, Vitamin A-Säure sozusagen. Schau mal morgen und bin ich gespannt. Und dafür wurde schon in den 30er Jahren ein Nobelpreis verliehen für die Entdeckung von dem Retinol, weil das eben so gut funktioniert. Also das hat richtig Anti-Aging-Power, das regt die Kollagen-Neubildung irrsinnig an. Man kann sich sozusagen damit konservieren. Gibt es super spannende Studien, und jetzt habe ich mich immer gefragt, wenn das so super funktioniert, warum benutzt das nicht eigentlich jeder und warum ist das eigentlich nicht überall drin? Und da kam dann so der Haken an der Sache, weil zum einen gibt es ja diese europäische Kosmetik-Verordnung, die besagt, in einem Kosmetik-Produkt darf nichts drin sein, das wirkt. Sobald es wirkt, ist es ein Medizinprodukt. Weil wo Wirkung, da Nebenwirkung. Das ist das erste Problem. Und Retinol wirkt halt wirklich, deswegen ist es nicht wirklich überall drin. Und das zweite Problem ist, weil es wirkt und Nebenwirkung hat, hat es immer so für starke Irritationen an der Haut gesorgt bei den Patienten, die es benutzt haben, so mit Rötung, Abschälen, Schuppen. Und das war eigentlich diese unerwünschte Nebenwirkung. Und das war damals für mich so der Punkt zu sagen, Mensch, es wäre so cool, wenn man diesen Wirkstoff in irgendeiner Form in die Tiefe der Haut bringen könnte, ohne dass man diese Nebenwirkung hat. Und das habe ich mit so einem Apotheker und Laborpartner zusammen lange ausgetüftelt. Und dadurch haben wir so ein Verkapselungsmolekül entwickelt, was das Retinol verkapselt, dann in die Tiefe der Haut schleust und sich da erst entfaltet. Dadurch ist es super wirksam. hat kaum Nebenwirkungen, also ein bisschen trockene Haut am Anfang, was sich aber später behebt und hat einen maximalen Effekt. Und als ich das hatte, habe ich natürlich gedacht, oh super cool, habe das gleich alles angemeldet und dachte, ja, das mische ich mir jetzt immer. Dann habe ich das immer mir nur gemischt. Und dann haben meine Patienten gesagt, oh, kann ich das auch mal bekommen? Dann habe ich angefangen, für die das zu mischen und sozusagen ein bisschen abzufüllen. Und dann dachte ich, ich muss das jetzt eigentlich mal in eine richtig vernünftige Bahn bringen und in größeren Stückzahlen mischen. Und so war dann die Doktor nie geboren. Bei den Kosmetik-Sachen, da frage ich mich halt auch oft, wenn man mal so in der Fernsehwerbung oder irgendwo online das sieht, wenn irgendwelche Hautcremes vorgestellt werden für glatte Haut, dann guckt man sich aber die Protagonisten an, die Mädels, die sich dann die Haut, die die Creme aufschmieren und denkt mir so von wegen, Alter, die sind doch eh gerade mal 16. Natürlich haben die keine Falten. Also ich meine, das ist so. Ja, echt. Also, du, wenn du noch weiter gehst, es gibt ja dieses Portal, PubMed heißt das, Online-Portal. Da werden alle Studien, medizinisch-wissenschaftlichen Studien veröffentlicht. Also kannst du jedes Thema eingeben und bekommst ein Abstract. Wenn du da Retinol eingibst, wirst du erschlagen mit Studien, die belegen, dass es einfach funktioniert. Und zwar schon seit den 30er Jahren. Und gleichzeitig, wenn du mal Moisturizer eingibst, also Feuchtigkeitspflege, findest du etliche Studien, die belegen, dass Feuchtigkeitspflege uns sogar schneller altern lässt, also sogar richtig kontraproduktiv ist. Und das lässt mich immer so schmunzeln, wenn ich auch diese ganze Werbung immer sehe, wo dann steht Feuchtigkeit und hier und mehr Feuchtigkeit und super für meine Haut. Wo ich mir denke, es ist eine solche Verarsche, sorry, am Endkunden, weil es ist nicht nur, dass es sich, dass es kontraproduktiv ist, es beschleunigt im Grunde den Alterungsprozess. Und das wissen wir ja sogar alle. Jeder weiß, dass man Babys nicht großartig eincremen soll, weil das sozusagen die eigene Hautbarriere schädigt. Aber warum machen wir Erwachsenen das dann plötzlich? Warum fangen wir an, uns Feuchtigkeitspflege ins Gesicht zu klatschen? Und jede Frau hat schon die Erfahrung gemacht, dass es anfangs sich gut anfühlt und du dann gefühlt immer mehr brauchst. Ja, dann hast du auf einmal das Gefühl, alles klar, jetzt bist du 40, jetzt brauchst du eben Anti-Aging-Level 3 und dann wird das schon wieder, reicht das nicht. Und das liegt einfach daran, dass die Haut sich daran gewöhnt, wenn du von außen immer Feuchtigkeit zuführst und die Eigenproduktion einstellt. Und ich will das jetzt nicht als Masche der Kosmetikindustrie betiteln, aber es ist, also ich glaube, jede Frau hat das bei sich selbst schon beobachtet. Und wir wissen, dass das Einzige, was wirklich richtig Anti-Aging machen kann und Hautstrukturverbesserung macht, Vitamin A Produkte sind, also Retinol. Ja gut, ich denke, das ist wieder dieses Thema, du bist halt in einem extrem reglementierten Markt, spielst du halt mit. Das macht es, glaube ich, nochmal um ein Vielfaches schwieriger, als wenn du ein Unternehmen gründest oder ein Unternehmen führst, was eben nicht in so einem stark regulierten Markt unterwegs ist. Ja, beziehungsweise die Kosmetikindustrie, ich bezeichne sie immer so wie die Tabakindustrie als Mafia. Das ist die natürlich nicht, aber guck mal, wenn man sich selbst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du dir überlegst, was du im Laufe des Lebens an Kosmetikprodukten gekauft hast, sei es jetzt Cremes, Duschgel, Shampoo, I don't know, wie viel Geld man in diese Kosmetikindustrie jeder Einzelne selbst schon ausgegeben hat, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wenn jetzt irgendjemand mal seinen Badezimmerschrank aufmacht und guckt da rein, was sich da an Schätzchen sammelt über die Jahre, das ist irre. Das ist natürlich eine absolute boomende Branche und die verdienen da ein Heidengelb, diese großen Kosmetikkonzerne. Das ist unfassbar, was die für Gewinnmargen haben. Ja, das glaube ich. Also ich denke mal, ich bin wahrscheinlich noch einer der schlechteren Kunden, aber wenn ich jetzt mal bei meiner Mama geschaut habe, bei ihr, wie es im Bad, dann so im Badschrank aussah, was da alles an Cremes und Duschgels und was weiß ich nicht alles drin, dann habe ich mir auch gedacht, mein Gott, die könnte eine eigene Drogerie aufmachen mit dem Zeug. Ja. Das ist, ja, schon einiges. das ist toll. Okay. Wenn wir uns die anderen beiden Firmen jetzt anschauen, das Kosmetikstudio, also wo du hier so die Fußpflege und so was machst und die Firma für die Hautpflegeprodukte, was kann man da sagen, ist das rein wirtschaftlich betrachtet das lukrativere Produkt, äh, Firma? Definitiv die Kosmetikfirma, also Kosmetikprodukte. Definitiv. Deutlich lukrativer, weil das Problem ist, dass in so einem Kosmetikinstitut hast du ja immer One-to-One-Session, also eine Kosmetikerin behandelt eine Stunde lang einen Kunden und die Behandlungen sind ja nicht hochpreisig, so eine Fußpflege kostet vielleicht 69 Euro mit allen drum und dran, das heißt, diese eine Arbeitskraft eine Stunde lang kann nur 69 Euro erwirtschaften und jetzt kostet die Arbeitskraft, jetzt kostet das, was man an Material da hat und Räume und Co. schwierig damit, für mich ist das eher, das ist tatsächlich fast eher ein Hobby, Gott sei Dank, verdient die Firma jetzt ein bisschen Geld, weil das Finanzamt wollte es mir schon einstellen als Liebhaberei. Habe ich vorgestellt, wenn ich mir doch einfach weniger Steuern nehme, wäre es besser. Also das ist tatsächlich, das mache ich so ein bisschen aus Leidenschaft und Überzeugung, aber damit verdiene ich kein Geld. Okay. Jetzt hast du ja drei Firmen, wenn wir die ersten Fragen das auch mit als Firma mal bezeichnen. Das heißt, du hast drei Firmen, drei Unternehmungen laufen und das hört sich ja jetzt so nach einer kleinen Erfolgsstory an. Da kommt die junge Ärztin gerade von der Uni, hat ihren Doktor gemacht, hat ihre erste Stelle in der Chirurgie, hat ihr nicht gefallen und dann stolpert sie zufällig ins Glück und von da ab läuft alles super rund und bis an ihr Lebensende ist sie dann glücklich. Wie war das wirklich alles so rund gelaufen oder gab es da auch mal wirklich so einen großen Fehler, wo du gesagt hast, Mensch, da habe ich jetzt so tief in die braune Soße gegriffen, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Und wenn ja, was ist da passiert? Also weißt du, wenn ich so zurückbitte auf meinen Blick auf mein Leben, ich hatte eigentlich, also ich könnte echt ein Buch schreiben, ich habe so viele absurde Sachen erlebt und ich habe so viele Abende meines Lebens heulend auf meinem Sofa gesessen und gedacht, das kann alles nicht wahr sein, das ist alles zu viel, dieses Leben. Ich habe so oft, ich sage es wie es ist, auf die Fresse gekriegt und habe so oft gedacht, ich mag eigentlich gar nichts mehr machen und irgendwie meine Mutter hat dann immer zu mir gesagt, du Krönchen richten und weiter und wie Phönix aus der Asche steigen und irgendwann kam ich auch an den Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, mir ist jetzt alles egal, was alle anderen sagen, mir ist egal, was Menschen von mir denken, ich mache jetzt wirklich einfach, ich gehe jetzt wirklich einfach meinen Weg und ehrlich gesagt, jeden Monat passiert irgendwas, wo ich mir denke, also das hätte ich mir jetzt echt wahren können, was ist das schon wieder für eine Blödsinn. Ich weiß, ich glaube, es geht jedem Menschen ein bisschen so, dass man manchmal euphorisch Dinge anfängt und ist davon überzeugt und alles, was mir Negatives passiert ist, war meistens menschliche Enttäuschung. Also es war meistens, dass ich zum Beispiel irgendeinen Ex-Chef bewundert habe und toll fand und dann feststellen musste, man wurde ausgenutzt oder mit der Dr. Mie jetzt gerade hatte ich ganz am Anfang eine schreckliche Erfahrung. andere haben, glaube ich, schon eher gewittert, dass das ein tolles Unternehmen werden könnte und dann sind das so Freunde von Freunden, die einem dann Hilfe anbieten und sagen, hey, wir sind ganz toll im E-Marketing, wir machen für dich das Online-Marketing und das wird super, wir helfen dir damit, dass du da überhaupt was verkaufen kannst. Du musst auch gar nichts zahlen, nur von den Verkäufen, die wir für dich machen, bekommen wir dann 25% und ich, blauäugig, wie ich war, habe gedacht, naja, wenn die das verkaufen und wollen dafür Provision und sonst muss ich das nicht zahlen, das ist ja total klasse. Man kann sagen, hört sich ja erst mal gut an. Ja, klar, klingt gut und das ist auch noch der Freund von meinem bis dahin besten Freund gewesen, also habe ich gesagt, ja klar, machen wir das. Da hat er gesagt, du musst mir das aber noch unterschreiben, dass ich das dann auch darf und also das war mein größter Fehler, den ich nie wieder im Leben machen würde, nie wieder, egal, wie gut man befreundet ist, verwandt sonst was, einen Vertrag nicht gründlich zu lesen, also das traue ich mich ja gar nicht, schäme mich das laut zu sagen und dann kam tatsächlich raus, ein völliger, also eine solche miese Nummer, weil die haben dann nicht nur die 25% von dem gewollt, was die hätten, was die verkauft hätten, sondern einfach von allen meinen Umsätzen. Am Ende war es so, dass die gar nichts verkauft haben, also die haben überhaupt nichts gemacht, haben nichts verkauft und haben dann gemeint, ich würde ihnen jetzt so und so viele Tausende von Euros schulden, die haben einfach alle meine von mir mühsam nachts und mit Instagram und eigenen Videos gedreht und umsetzen können und gesagt, das würde denen zustehen. Dann war die Firma von denen auch noch auf Malta gemeldet und ich glaube, mehr brauche ich gar nicht mehr sagen. Es war schrecklich, ich habe geheult, weil ich wirklich dachte, wie kann man so mies sein? Ich schufte und habe keine Freizeit, schlafe nachts nur manchmal vier Stunden in der Gründungszeit und habe mein ganzes Herzblut und Leidenschaft und meinen ganzen Enthusiasmus da reingesteckt und dann kommen solche Arschlöcher, ich kann es nicht anders sagen und stellen sich dann und sagen, so wir kriegen jetzt hier 100.000 Euro von dir. Sowas verstehe ich auch nicht. Also im ersten Moment, wo du gesagt hast, ach ja, ist doch eigentlich ein guter Deal, wenn man wirklich einen Vertriebler hat, der rein auf Provision arbeitet, hat man keine Kosten dadurch und der kriegt halt das, was er verkauft. Ist ja ein fairer Deal an sich. Aber dann so eine Nummer abzuziehen, das ist schon... Hey Tom, so schlimm. Das hat mich menschlich so fertig gemacht, weil ich da wirklich bin immer so gutgläubig und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, bei Geld hört die Freundschaft aus. Dieser alte blöde Spruch, anscheinend ist es so, weil die haben dann gesehen, okay, das Unternehmen funktioniert und floriert super und sitzen da... Er sitzt in Portugal, seine Firma ist in Malta gemeldet, also auch noch irgendwelche ominösen Konstrukte, das habe ich natürlich dann alles erst später gecheckt, doof wie ich war und das war für mich persönlich total verletzend und habe mich aber aufgeweckt als Unternehmerin, dass man leider alles... Man kann... Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so schlimm dieser Spruch ist, aber leider ist das so. Das auf jeden Fall, ja. Wobei ich so ein bisschen jetzt zumindest, ich sage mal, Firmenkonstrukte so ein bisschen in Schutz nehmen will, weil gerade bei Online-Firmen macht das natürlich schon Sinn, dass du dir das Land aussuchst, wo der Firmensitz ist. Klar, ich meine, natürlich gibt es auch immer schwarze Schafe, die sowas ausnutzen, aber ich sage mal, rein aus Regulierungs- und natürlich auch aus steuerlichen Gründen, wenn man die Möglichkeit hat, gibt es, ich sage es mal vorsichtig, attraktivere Firmenstandorte als Deutschland, um es nett auszudrücken. Das mag sein, nur weißt du, die Leistung wird hier in Deutschland erbracht, er ist eigentlich auch Münchner, ist dann aber nach Portugal ausgewandert, warum auch immer, später kam raus, hat noch etliche komische andere Firmen gehabt, die alle geschlossen wurden, operiert dann von Singapur, Portugal, München, München wurde dann die Niederlassung geschlossen, Firmensitz ist dann aber in Malta, das ist aber nur ein Briefkasten, also ich habe es ja dann alles rausbekommen, weil ich natürlich mich dann rechtlich dagegen gewährt habe und mir hier einen Anwalt genommen habe und so erst hinter dieses ganze Konstrukt kam, tatsächlich ist der Typ aber regelmäßig in München, weißt du, irgendwo muss das Ganze ja auch ran, ich gebe dir recht, bei dem ich weiß auch, was du meinst, das ist vollkommen richtig, aber ich finde, wer seine Leistung und sein Geld aus Deutschland bezieht und Leistungserbringer, auch das Land hier ist, hat man auch das hier zu versteuern, das ist halt einfach nur fair, wo kommen wir sonst hin, wenn alle so arbeiten, geht auch nicht. Das ist richtig, also wenn ich wirklich dann auch in diesem Land lebe und dort auch wirklich meine Firma habe und dort alles nutze, klar, dann sollte es so sein. Das ist richtig. eigentlich. Aber gut. Ja, das ist schade sowas, vor allem das macht einen natürlich auch irgendwo so ein bisschen kaputt für künftige Kooperationen. Ja, nämlich hat das vor allem so demotiviert, weil ich hatte mir gerade in dem ersten Jahr, ich habe ja alles alleine gemacht, ich war wirklich eine One-Moment-Show in dem Unternehmen, ich hatte da noch keine Mitarbeiter, ich habe in der Praxis den ganzen Tag zwölf Stunden gearbeitet, dann bin ich hierher gefahren, habe Produktdesign gemacht, habe die Verpackung selbst ausgesucht, habe jedes Paket noch selbst verpackt, habe immer weiter überlegt, neue Produkte gemacht, Sachets gemacht, die Broschüre habe ich selbst geschrieben und gebunden und bei Flyalarm, was ich habe wirklich alles in Eigenregie, nachts, Wochenenden, jede freie Minute gemacht und die Pakete noch selbst rausgeschickt und auch Marketing mache ich komplett alleine, also ich mache, Instagram pflege ich wirklich komplett selbst, alles an Interviews, die ich vielleicht sonst so im Magazin und so gebe oder TV-Drehs, die ich mache, das mache ich wirklich alles selbst und ich habe mir, sprich wirklich, A aufgerissen und dann kommt da so ein Typ daher, der gar nichts, also wirklich nachweislich, es wurde ja alles dann geklärt und konnte alles belegt, wenn nachweislich null Euro umgesetzt hat, hat die Dreistigkeit sich, weißt du, so mit fremden Federn schmücken, das macht man nicht. Genau, das war richtig unschön, also es hat mich, es hat mich richtig fertig gemacht, echt. Ich glaube auch, das ist, sowas ist dann, glaube ich, gar nicht mal so sehr die monetäre Enttäuschung, wo man sagt, das hat mich jetzt so und so viel tausend Euro gekostet, sondern ich glaube viel, also zumindest für mich persönlich wäre das viel schlimmer, diese menschliche Enttäuschung, die dahinter steckt, das ist, glaube ich, das, weil an dem Geld, ja, klar, natürlich ist das ärgerlich, müssen wir nicht drüber reden, aber da kann man, glaube ich, einen Haken dran machen, weil da hängen keine Emotionen dran, aber diese menschliche Sache, das, ja. Du, aber das Menschliche und an dem Geld hängen auch Emotionen, weil ich sage dir was, bevor ich so jemandem das Geld für nichts und Widerstands gebe, spende ich es lieber oder gibt es meiner Mutter, die einen Gnadenhof für Tiere hat, wo es gut aufgehoben ist oder gibt es ein Kinderkrebs, whatever, weißt du, da fallen mir tausend Sachen ein, die sinnvoller und emotional wertvoller wären als sowas, ja. Das, das auf jeden Fall, das ist richtig, aber gut, wir sind alles nur Menschen, wir lernen aus unseren Fehlern und, also hoffentlich, die meisten zumindest und machen den gleichen Fehler halt nicht ein zweites Mal und hast du ja auch gesagt, das wird dir nicht mehr passieren. Never. Jetzt wird paranoid, jeder Vertrag wird von sechs Seiten und wir haben ja, ich habe jetzt ein 24-Augen-Prinzip eingeführt. Ja. Sehr cool. Miriam, das war bisher wirklich schon eine echt eine coole Story, sehr interessant alles. Kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe steht darin, möglichst schnell, spontan und kurz zu antworten, okay? Ja. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmerin zu werden? Alle anderen Menschen. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Immer Kurs halten. Was ist deine größte Stärke als Unternehmerin? Nie müde, unglaubliche Energie. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmerin? Das Gleiche, unermüdlich und wenig Rücksicht mit meinen Mitarbeitern. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Loyalität. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Mich selbstständig zu machen. Mit welcher Person, egal ob Leben, Tod oder fiktiv, würdest du mal gehen in ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Definitiv mit Albert Einstein und einfach über die Welt. Vervollständige den Satz Erfolg bedeutet für mich Freiheit. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Instagram. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Zuletzt gelesen habe ich Molly's Game im Urlaub. War very entertaining und ziemlich cool. Kann ich empfehlen. Und es geht darum, um die Molly, die Pokerspielerin oder die Pokerkönigin in Amerika war, in L.A. und mit den ganzen Größen aus Hollywood sozusagen eine mehr oder weniger illegale Pokerrunde hatte. Podcast Nation. Das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com slash audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com slash audiobooks. Zum Schluss noch zwei recht persönliche Fragen. Was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Kinder. Da drücke ich dir die Daumen, dass das in, ja, absehbarer Zeit, in der Zeit kommt, wenn du es dir wünschst, sagen wir mal so. Ja. Die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 18 oder 20 Jahre altem Ich, das, was heute lebt, mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Okay, als erstes sich freimachen von der Meinung anderer. Ganz wichtig. Ich glaube, das ist was, was allen Menschen guttun würde. Es gibt immer Menschen, die einen mögen und Menschen, die einen nicht mögen und es gibt vor allen Dingen immer Menschen, die einen aufhalten wollen und ich stelle fest, in der heutigen Gesellschaft ist das Kritisieren und das Negativbewerten auch durch die ganze Online-Welt und die ganzen Bewertungsportale so einfach und irgendwie liegt es anscheinend in der Natur des Menschen eher negativ als positiv zu sprechen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich, eine ganz ungute Entwicklung. Also das ist das Erste. Der zweite Tipp wäre, gnädiger mit sich selbst sein. Ja, und ich glaube, wir alle dürfen Fehler haben. Das ist was, was mir als junger Mensch ganz schwer gefallen ist. Ich habe mich immer so wahnsinnig unter Druck gesetzt, alles können zu müssen und alles besonders gut abschließen zu müssen. Das muss man nicht. Und auch gute Noten oder all das, weißt du, das ist alles keine Grundvoraussetzung, später glücklich oder erfolgreich zu sein. Ja. Und der letzte Tipp, egoistischer darf man sein. Man muss öfter, man muss schon mal auch lernen, Nein zu sagen und man wird nicht mehr gemocht, indem man immer versucht, sich zu zerreißen und für alle da zu sein. In allererster Linie muss man sich selbst mögen. Das reicht. Das sind drei sehr tiefgründige und wirklich vernünftige Argumente oder Gründe, oder Tipps, die du da gerade gegeben hast, die ich genauso unterschreiben kann. Also vielen Dank auf jeden Fall auch dafür, Miriam. Gerne. Miriam, es hat echt einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Also es ist wirklich eine sehr coole Story. Man merkt echt, da ist eine richtige Powerfrau auf der anderen Seite der Leitung. So von wegen, hier eine Firma, da eine Firma, alles jonglier und dann noch einen Hund angeschafft und also echt Hut ab, junge Frau. Also wirklich Respekt. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns doch noch kurz, wie wir mehr über dich erfahren können. Also über mich erfahren kann man, mir aber auf Instagram folgen. Ja, ich drehe ja tagtägliche Stories und nehme meine Instagramer mit in meinen Arbeitswahnsinn und manchmal brauche ich die auch, um Entscheidungen zu treffen, wie Haare heller oder dunkler. Solche Sachen kriege ich alleine nicht mehr hin. Also wer wissen will, wie mein Alltag aussieht, was ich so mache, was es für Tipps und Trints im Beauty-Bereich gibt, wie man lange gesund und munter bleibt, kann mir gerne auf Instagram folgen. Und ach, was kann man für Tipps geben? Ich glaube, wer erfolgreich sein will, braucht eine gewisse Bereitschaft zur Leidensfähigkeit. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Dann steht dem Erfolg nichts im Wege. Das auf jeden Fall, das ist richtig. Sehr cool. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episode Nr. 637 oder den Namen Miriam Rehbein in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Wenn dich das Thema Anti-Aging interessiert oder du sagst, Mensch, so eine Creme würde ich echt mal ausprobieren. Das hat sich für mich logisch angehört, was dir Miriam erzählt hat. Dann schau einfach mal auf drme.com, also Doktor ausgeschrieben. Aber auch das haben wir natürlich hier in den Shownotes mit verlinkt. Also einfach einen Blick drauf werfen. Und ja, ich muss auch sagen, Instagram bei der Miriam kann man wirklich sehr gut folgen. Also ich muss gestehen, der Kanal ist hier bei uns auch abonniert. Und der ist wirklich echt super interessant, sehr unterhaltsam. Also wer Instagram hat, auch dort drauf gehen. Und gesagt, auch das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Miriam, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt sich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Freue ich mich auch und vielen Dank, hat total Spaß gemacht. Super, danke, dass du hier warst. Ciao. Danke, Tom. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Und wenn du jetzt eine Idee hast, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann hilf mir, diese Goldstückchen zu verbreiten und leite ihm den Link zur Episode jetzt doch einfach weiter. Und zu guter Letzt, denke immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.